In der Klemme, das hört sich ja gut an. Crunch. Viel einfacher in Englisch. Achso. Verzauberte Einheiten verexplodieren, wenn sie sterben. Durch Gegner in der Nähe. Okay. Also. Das sieht auch wieder schön aus mit vier Eingängen nur. Oh Mann. Ich glaube hier wird unser Hauptgedöns, was wir brauchen. Boden für allen sein. Okay, hier kann ich die Decke zu haben. Hier oben. What the fuck? Was soll das? Achso, hier sollst du Schützen hinmachen. Hier kann ich... Wo, was? Hier oben so Schützen, damit sie schießen können. Ja, das klärt man schon. Dafür sind die hier da. Bogenschützen sollen hier hin. Dann genauso wie hier. Ich denke mal, das ist ein Bogenschützen-Level. Weißt du? Ja. Also auf jeden Fall mal... Und man könnte auch hier die Gegner reinwerfen. Mit diesen... Weil diesmal können sie nicht auf der anderen Seite landen und landen und sterben sie sofort. Ach, nein. Was? Das Frostflugviecher. Das heißt, mein Frost wird wahrscheinlich nichts gegen die machen. Nimm doch... Achso, du hast das schon abgeredet. Abgeredet. Dann nehme ich mal Feuer. Aber siehst du, man kann überall... Die können überall hinfliegen. Das heißt, man könnte man eventuell ja mal diese komischen Wegschmeißer nehmen. Da würde auf jeden Fall sofort einer sterben. Ich weiß, was ich meine... Weißt du, was ich meine? Ja, man könnte die Birne auf jeden Fall... Sieht so aus. Guck mal hier. Sie sind überall... Oder man könnte sie... Na okay, hier nicht wirklich. Dann fliegen sie noch rüber. Aber es gibt viele Möglichkeiten, die Gegner... Ja, man könnte auf jeden Fall hier so am Rand welche machen, damit die weggeschmissen werden. Ne? Ja. Oder auf jeden Fall... Ja, wenn du hier einen machst, dann werden sie in die Lava geschmissen. Oder wieder zurück. Was ja auch kein Problem wäre. Bloß dann müsste einer von uns... Ein... Irgendwas anderes wegtun. Das heißt... Ich überleg gerade... Ich werde... Ich mach das mal. Ähm... Ich glaub, du könntest die Zwerge wegtun, weil ich glaub nicht, dass die hier so viel helfen werden. Ach so. Also vom... Meinst du lieber die Zwerge? Ich dachte, die Zwerge hier vielleicht hier so einhinstellen, wäre vielleicht ganz gut, weil sie immer auf die Zwerge gehen, bevor sie ins Licht gehen. Weißt du? Ja, bestimmt auch wieder. Das ist immer gut. Ich werde mal die Büchse wegtun und... Sprungfeder falle. So. Ach so, du bist noch drin, grad im Buch. Ähm... Komm, Jäger, ja, oder? Ach so, es gibt... Äh... Troll... Ja, Gnolljäger. Hier, da müssen wir drauf achten, dass wir die Burgenschützen beschützen. Sieht aus wie von... Ähm... Wo bin ich der Löwen? Oh nein, Oga... Okay, ich guck mal. Wo könnten wir die hin tun? Ähm... Okay, die Feuerwand ist ja ganz schön langweilig. Hier zum Beispiel, weißt du? Wenn sie hier nämlich ankommt... Kannst du auf die Ebene, doch kannst du auf die Ebene, okay. Dann werden sie da gegen die Wand geschleudert. Genau. Also ganz dran oder lieber hier so? Oder ganz an die Seite? Ich wüsste jetzt gar nicht, was... Was meinst du, nehmen sie den kürzesten Weg? Die nehmen weites... Also alles. Manchmal habe ich fast Mitleid bei den Orks. Obwohl... Eigentlich nicht. Ah, so lustig. Ah, ha, ha, ha. Hexes sind so lustig. So, äh, weil hier oben... Bist du hier mal hochgegangen? Da meine ich da. Ich glaube, das ist... Ich habe auf der gegenüberliegenden Seite Burgenschützen. Ah, okay. Also... Hier zum Beispiel würde auch noch einer gut sein. Hier runter, ja. Ich habe... Weil sie können nichts dagegen tun. Oh, du, 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 du. Nicht in die Lava, nein. Ähm, ähm, ähm. Schade, dass man sie nicht so reinschießen kann mit der... Mit der Stachelwand. Ah, dammit. Soll ich? Ich habe halt einfach nur Bogenschütte von oben. Ich denke mal, da sind die auch ein bisschen nützlich. Ich weiß nicht. Oder soll ich da oben noch einen hinstellen? Ja, mach wie du meinst. Ja. Ich stelle mal so, dass sie runtergedrückt werden. Mach... Mein... Wie du... Wo du meinst, wo sie gut... Gegenhauen, glaube ich. Irgends. Ich gucke gerade, ob hier nicht... Vielleicht auch noch gegengegangen sind, weil es sieht schon... Ah, hier oben könnte man auch noch einen machen. Das wird auch gut, wenn die Orks... Die Riesen-Orks hier sofort... Weggeschleudert werden in die Lava. Das ist schon... Ey, das Gebäude jetzt gefällt mir schon irgendwie. So mit... Er ist einfach ein Gang, der in die Lava führt. Finde ich schön. Hi. Wie meinst du, der ist da oben jetzt? Ja, hier bei mir. Er ist einfach ein Gang, der füllt in die Lava. Achso, du meinst, im realen wäre das total unlogisch, ne? Ja, voll schön im realen. Ja, natürlich. Schatz geht da lang. Mir wird es gefallen, so. Ich mein... Also hier hinten, hinter... Also... Doch jetzt hinter dir wäre wieder so ein Baumstamm, den man runterschießen könnte, oder... Okay. Ich weiß nicht, irgendwas Rundes mit Stacheln drin. Und alle Stricke reißen. Genau. Kann man nochmal die ganzen... Äh, wir haben erst einen Angriff, oder haben wir schon zwei? Ne, einen am Anfang. Das heißt, ähm... Reicht das, hier diese... Diese Wand hier? Wird die einige in die Lava schießen? Ja, natürlich. Gut, dann mach ich nämlich noch eine. Hier hin. Oder? Das wird nicht unbedingt angenehm. Also, wo wir halt richtig aufpassen, jetzt... Also, wo wir jetzt richtig aufpassen müssen, werden die Fliegenden sein, weil... Oh... Also, ich meine, da haben wir auch die Bogenschützen, deshalb wollte ich eigentlich auch mehr auf dem Hof lassen, aber... Ich denke mal, schon an der Seite ein paar sind schon okay. Ist auch gut, direkt neben der Lava ist noch ein Säure-Pugel. Du musst dich jetzt auch darum kümmern, ich habe jetzt keine Schusswaffe mehr. Irgendwie kommt mir ein bisschen bekannt vor, ich weiß auch nicht. Ich hatte sonst immer eine Schusswaffe. Jetzt hatten wir Eimer, als du den Schwert ausprobieren wolltest. Achso. Das kann sein. Naja. Ah, hörst du, wie die so schon runterfliegen? Iiiiihihi. Feier! Ja, du schießt. Feier! Brenn. Der brennt. Ah! Ja, sie fliegen schön in die Lava. Das heißt, es könnte, wenn wir Glück haben, vielleicht sogar mal einen großen Troll oder sowas treffen. Aber wenigstens machen sie mal, dass es sich lohnt, diese anderen Sachen zu benutzen, weil bisher benutzen wir immer die gleichen Pfeilen. Du hörst dich an wie ein Roboter, ich versteh dich nicht. Ah, Skype. Ah, ich schmeiß auch ein paar in die Lava, lol. Oh, der lebt noch. Eine neue Tür öffnet sich. Na dann. Soll ich hierbleiben? Okay. Ich versteh dich immer noch nicht. Ah, ja. Wax ist kein... Da muss nicht so viel reden, da versteht man so. Oh mein Gott, okay, es kommt mal über dir. Oh, super, keiner hier. Ich kümmere mich drum, warte. Das letzte, was du je sehen wirst. Jetzt haben wir natürlich hier keine. Bam, 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 bam. Okay, bisschen doof, jetzt... Wie soll man das Level alleine schaffen? Man kann halt weniger gegen oder selten, ne? Ach, ich versteh dich wieder. Schön. Ich hab nix. Ja, aber immer dieses hin und her laufen, weißt du? Dieses nach links und rechts. Nerf. Na, man könnte sich ja eine richtig absichern und das andere... Oh nein, 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 Troll! Oh, ich mein, äh, wie auch immer der heißt. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Oh, Mann, oh, geil. Was weiß er, geht? Oh, danke. Was für ein Stressspiel. Sen! Bin ich zu alt für diesen, was? Zeit für eine Pause von 15 Sekunden, ja danke Yeah ey, Pause Okay, die Fireball, die Fireball Wo kommt die jetzt? So Hä? Oh fuck Ja wo, was? Warte Man hört sich schon irgendwie Ach so, beide Seiten Ich hab keine Angst, wo ich in Lauf Das ist doch gar nicht komplizierte Karte oder so Nein, 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 wieso Ah, werfen sie nicht immer wieder Lauf weg Ja, was Darum hab ich Krieg ich über so eine Entfernung von dir Ist doch nett Ja, ja Wundert mich mal Wo zwei von diesen fucking Drogern Ich komm nicht weg, ich komm nicht weg, ich komm nicht weg Ich hab einfach einen direkt in die Säure geschubst Ja ich probier's Ich hab einfach ein bisschen neben die geschossen und in die reingeflogen Ich kann nichts machen Oh fuck Ähm Ah, du bist schon auf der Plattform, okay Ich bin gleich tot, das hat Ah, ein Glück Ah, da kommt ja noch, da kommen ja noch welche Nein, ich kann mich nicht heilen Ich hab ja auch grad ein bisschen zu kämpfen Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut Hä, warum wurde das jetzt ausgedrückt? Das ist, das war was ganz schlimm Das war knapp Wow, okay Das ist ja voll übertrieben gerade Und die Falle hat nicht aktiviert Das ist ja unfair Nein, nein, die hat Die ist hochgegangen, aber Nun sind die zu groß Jetzt sind die anderen Töne noch offen Schön Super Wir haben's geschafft Ja Hallo, das war super Ich hab das jetzt noch mehr Töne offen Freust du dich nicht Achso Ne, das hab ich gerade so geschafft Aber ich bin fast gestorben Weil das so lange dauert Sich zu regenerieren Hier, dass ich es nochmal benutzen darf Heftig, okay Ähm Also ich würde jetzt mal sagen Ich sollte Mein Bogenschütz auf den Hof richten, oder? What the fuck Da kommen die jetzt Von wo? Was? Okay, das ist nicht gerade ein Spiel Von beiden Seiten Ja, die können Aber das kann sie nicht doll machen Ähm Ja, dann mach dich mit dem Rest Geld noch oben Bogenschützen dran Ja, die Bogenschütze hat mich sogar gerettet So, dann Ach, ich hab nicht mal genug Geld für den Bogenschützen Und dann Ähm Okay Ich wär dann schon fertig Oh, warte Du hast da einen gemacht Also mal so So Also ich hab einfach jetzt mal in die Türen noch decken fallen Hast gesehen Ja, da mach ich bloß halt auch die anderen Angriffe Damit sie schön Ja Zerhackgestöckel werden So Ähm Ich guck gerade Ich hab nämlich nicht gesehen, dass die irgendwie reingeschmissen wurden Von denen Aber mein Gott, sie werden aufgehalten Was soll ich noch machen? Also auf der anderen Seite ist auch das gleich nochmal einfach Würde ich mal sagen Ja Probier's auf jeden Fall Das wird wehtun Hoffentlich So Ähm Oh, sehr schön Dann werden sie hier rein Nee, das lohnt sich nicht Dann mach lieber hier unten noch So Besser ist besser So, okay Ach, viel Spaß Was ist Heilung? Das ist echt gut, wenn es dich auch heilt Also, obwohl du auf der anderen Seite bist Gut Noch mehr Verantwortung, aber was soll's Jetzt bist immer du schuld, wenn ich scherbe Ja Dass ich aufgeladen wurde Aber ich weiß, wo ich die nächsten investiere dann Ich hab hier Frost, Oga Ach, das ist nur bei dir Okay, warte, ich komme Die decken Dinger sind echt nett Also, man, die können eine Zeit lang nicht laufen Bäm, bäm, bäm Ja, die werden Ja, die werden richtig Oh mein Gott, wo kommst du denn her? Ja, dann hab ich gerade wieder zurückgeschossen Entschuldigung Zurück kommt fast keiner sonst Da freu dich nicht so darüber Ich mein, dann wiederum vielleicht ist es ganz gut Als andere Seite So, und jetzt Rüber beamen Bäm Das stimmt, war ein Portal Naja Ich komme auch noch hin Ja, hab ich vorhin auch nicht gemacht Aber ich bin aufgefangen Dafür sind die ja da Und zum Leben doch auch alles so Einfach Ja, wenn man sich nochmal teleportieren könnte Wie man will Und es immer einfach eine Lösung gibt Also, die Game Die hatten ja einen Sinn Als ob die Teleporter Damals die Die Leute, die Die Teleporter eingebaut haben Die wussten ja scheinbar Dass genau das passieren würde Ja, die waren einfach faul Ja, weil es Ja, so weit weg ist Ja, das will ich Nein, 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 Leute Nein, 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 nein Es macht voll Sinn, dass der Rechts rumlauft Einfach nur um einen längeren Weg So, unter den Schlaufen Der Urge Ganz schön Ja, das stimmt Ja, das stimmt Jetzt greift der mich an hier Obwohl Wird schon Zwei Urge an Oh, warte Er ist durchgekommen Entschuldige Nein, nein Oh Gott, ich hab den Urge durchgedacht Ah, der lebt ja noch Stirb, stirb, stirb Oh Gott Naja, er hat fünf Leben an einen Urge verloren Ja, egal Er hat zwei Urge Ich hatte, glaube ich, einen nicht mal Weiß ich gar nicht mehr Okay, eindeutig mehr Bogenschützen Ja, mehr Bogenschützen Die Schone Zeit ist vorüber Da, 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 da Hier kommt keiner Also gehe ich hier rüber Und BAM Die kommen von überall Verarmt Oh mein Gott Super Kombo So, ich komme, ich komme, ich komme Ja, ich Ich würde hier einfach mal den Einzelnen In der hier gerade stehen Weil ich nicht hier bin Okay, hier kommen die großen Erdlords Ich hoffe, dass wir einen Fallentang kriegen Was, muss ich irgendwo hin? Äh, guck dich mal um auf der Karte Ist genug zu tun Ah, okay, da Ja, Orientierungssinn und so, ne? Ja, mit der Karte ist das besonders schwer War das Sarkasmus? Nein Nein Okay, du auf die andere Seite Okay Sag Bescheid, wenn du Energie brauchen solltest Kann ich immer nach oben gucken Aber wenn du merkst, du bist fast durch Dann sag Bescheid Ja, klar Und wenn ich mich gerade nicht brauche Finde ich trotzdem mehr durch rein Nein, bleib hier, bleib hier, bleib hier Bogenschütze wollte ich vielleicht alles machen Achso, die sind tot, weil da ein Jäger hochgerannt ist Nett Daran habe ich nicht gedacht Natürlich Die werden überhaupt nicht weggeschockt Bei mir schon noch in die andere Richtung Also du hast einfach nach rechts in die Lava geflogen Heieieiei Ähm, ich habe genug Geld Boah, wir sind erst in der sechsten Bälle Heftig Das ist ein bisschen größere Mission Also wenn ich so ein Bösewicht wäre, der trotzdem gut noch eine Chance lassen wollen würde, würde ich mir auch so einen Schuss bauen Sieht schon cool aus Ah, der Schnelle, der Schnelle, der Schnelle, der Schnelle, der Schnelle, der Schnelle Ah, ist er tot? Ein Glück Wo laufen die denn hin? Oh mein Gott Die greifen direkt das an, wie du gesagt hast Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade lang muss Die Karte ist verwirrend und schwer Die greifen die ganze Zeit, äh, die Bogenschützen an Ich muss mir direkt in den Toren stehen Fuck you Ja, ich brauche mein Leben Okay, warte Nein, 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 nein Eins, 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 eins EINS, man Ich habe mich verdrückt Ich habe mich verdrückt Zwei von den Jägern mit den Katapulten in die Lava Das ist sehr nett Oh, das ist sehr gut, weil die Jäger sind richtig scheiße Die laufen hier direkt Ich meine, das ist clever, aber Ich bin hier fast tot, oh Gott Oh mein Gott, okay Okay, langsam will uns das Spiel wirklich tot sein Ja, und jetzt bin ich tot Ich bin wirklich tot Gott Ich bin so verdockt Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Das war lustig Heieieiei Ne, die Jäger gehen ja gar nicht Meine Fresse, ich habe hier aus Versehen die jetzt alle gebaut Und wir wegnehmen Okay, jetzt muss ich mal überlegen, was ich mache Ne, jetzt, ach shit, ich weiß es nicht Also hier werden Die scheinbar wirklich weggeschossen Und das ist immer gut Bis auf die Jäger Ähm Man könnte hier noch einen weg Mauen Genau da Da ist es Ich hoffe, das ist Richtig so Dann haben wir hier, das müsste reichen Mh 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 Ja, ja, ja Wo ist das ganze Gold hin? Sooo Was noch, was noch? Ich weiß halt nicht wie es an den Seiten jetzt aussieht Weil hier geht es ja einigermaßen Gucken wir auf der Seite noch mal Weil ich habe noch Geld, ich weiß nicht wie es mit dir ausfieht Ne, ich habe gar nichts mehr Oh, dann sag mal was wir machen sollen Äh, wo du noch was brauchst Ich habe, ich habe bei der Karte gar keinen Überblick über irgendwas Und ich wäre Oh, Gott Ich war schon Ich bin schon runtergefallen vom Rand Bin dann irgendwie noch hochgesprungen Hm, kein Glück Sooo Ein kleines Geschenk für dich Irgendwie habe ich dazu gefühlt, du bist nicht wirklich nett Und du eigentlich auch nicht so Hm, wie bitte? Ne, ich habe gerade mit meinem Bogenkritzen geredet Achso Irgendwann die bisschen noch schluss da oben Ich habe mich ein bisschen die ganzen Bogenschützen wegnehmen Aber die sind für die Mitte doch recht gut Obwohl die ja da immer hochrennen Ja, das stimmt Ne, die sind super Äh, äh, was? Ich versuche jetzt bloß gerade dieses schnellen Versuche irgendwie Jetzt wegzupallern Hier oben Jeweils Auf Seite der, also Vor dem Bogenschützen Äh, ein Katapult Richtung Wand Brauchst du, dass einfach nur die Jäger wieder runtergeschmissen werden Hast du, meinst du jetzt kommen noch mehr Jäger Dann warte, dann nehme ich den hier mal weg Gute Idee Ich habe die unten gemacht, aber Also wohin? Bei dir hier? Hier, wo ich steht, so Damit er halt in die Richtung Damit die einfach wieder runtergeschmissen wird Stimmt, ja, da hast du recht So Und zwar dann, wenn es ging Auf der anderen Seite auch Ja, dann nehme ich den auf der anderen Seite weg Oh Mann ey Noch nicht mal den letzten Ich habe mir mal Geld aufgehoben Okay Also dann nicht hier, ne Andere Spieler Hä, wieso kann ich nicht Kann ich? Warum? Ah, jetzt Eben Das letzte, was du je sehen wirst Ja, sie kriegen ja trotzdem Schaden dadurch, oder? Durch Fallschaden oder so, ne? Würde ich mal sagen Ja, selbst wenn Mit die Bogenschützen überleben, haben wir da schon genug von eigentlich Na, hoffen wir einfach mal Okay Zeit für ein Gemetzel Wir sind in der Westhalle Ja, die Türen sind gut gesichert Die unteren Wir sind in der Westhalle Ja, ich probiere Wir sind überall, wie wär das? Also hier oben sind nur Trolle erst mal Zwei Ich probiere auf die andere Seite Ich guck mal, ob ich die Trolle kriege Nicht Trolle, Ogre Gott Nö, vier Ogre Gar kein Problem Ja, ja, haut Das haut gar nicht zurück, diese Waffe Was für ne Waffe? Ja Nein, dir ist recht, der rechte Angriff Die haben gesagt, das haut Hautgegner zu bekommen Stimmt, oder? Beim Nahkampf, oder? Ja Komm, komm, komm Weil das wär natürlich Das wär gar nicht mehr so Nein, nein, nein Kannst du heilen? Nein, nein Dankeschön Ich steh grad im 3 Ah, oh mein Gott Hab ich gar nicht gesehen Wir haben noch ein Leben, okay Wir haben verloren Nein Ach Gott Kriegen wir trotzdem was? Ich weiß es nicht, ich glaub nicht Wir dürfen einfach neu starten Ohhhh Da war man so gut Och, die hätten ruhig machen können Dass man, äh, wenigstens das Was man schon aufgesammelt hat, bekommt Wie würde einfach Wie ich da einfach rumstehe Und nichts tue unten Das ist halt doch Ah Dann würd ich mal sagen Das machen wir nächstes Mal Ja, irgendwie selber ist nicht schön Aber ich glaub wir sind auf dem richtigen Weg Weißt du Jetzt wissen wir's Das heißt nächstes Mal Deine Idee ist richtig gut Mit den Auf jeden Fall diese Jäger Wenn wir die nicht aufhalten können Dass die weggeschleudert werden Und ich finde ich glaube Wir müssen sowieso viel schleudern hier Hab ich das Gefühl Das ist diese Riesengegner Die können auch weggeschleudert werden, oder? Ne, die kriegen ja Schaden davon Ja, okay Dann ist es ja dumm Dann ist das ja gar nicht so gut Das schleudern Oder wie schnell wird das wieder aktiviert? Weiß ich nicht Ach, ne Das ist blöd Ähm Wir gucken's Wir gucken's nächstes Mal Scheinbar ist es ja auch ziemlich am Ende, ne? Da bin ich ja mal gespannt Ja, meinst du eigentlich Gut, hab mich gefreut Danke, dass du mit mir gespielt hast Und äh Richtig gut Ja, das bist du Äh, er redet wieder Total doof Deshalb hast du mich mal abgeschaltet, oder? Ja, ja Danach kommen noch drei Missionen Dann sind wir auch durch Ja, das schaffen wir auch noch, mein Gott Äh Gibt's eigentlich Schwierigkeitsgrade? Ja Wenn's alle Wenn alle Stricke reißen, können wir ja auch ein bisschen leichter machen Aber wir waren ja fast durch Es gibt Es gibt drei Schwierigkeitsgrade, wir sind gerade auf dem zweiten Ja Ja, normal also Würde ich sagen Das ist doch gut Okay, dann bis zum nächsten Mal Ciao Ciao